Oh, kann ich noch nicht bauen. So. 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 Okay. Oh, nice. So. 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 Amen. 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 So, dann haben wir da ein bisschen umgebaut. Okay. So, die ganzen Raffinerien sind fertig. Und wir haben ein paar Naniten bekommen. Also, da kann man nicht meckern. Nice. Das heißt, wir können jetzt ordentlich einkaufen, äh, einklauen gehen. Richtig gut. Danke doch mal. Hast noch ein bisschen Schimmel transportiert. Du musst so aufpassen, dass du nicht am Ende durch den ganzen Schimmeltransport an deinem Stuhl festklebst oder so. Ja, das glaube ich. Ähm. Oh, nice. Und das in einer relativ kurzen Zeit sogar. Also, kannst du echt nicht meckern. Ja, das glaube ich. Gut, 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 gut. Äh. Hier. Den. So. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Und dadurch, dass sich die Kamera immer dreht, wird man echt hart verwirrt. Aber Nanites of Doom trifft es echt gut. Oh, die sind kaputt. Oh, die sind kaputt. Oh. Yeah. Oh === Oh! Man OS, have Boot. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ne, ich konnte eben gerade nichts mehr ansprechen, deswegen war ich ein wenig verwirrt. So, ich will mal eben auf die Anomalie. So ein paar, sagt er. Oh, 56.000. Was zur Hölle? Wie heißt es? Die Raffinerien haben nur 2.000 hergestellt. Nicht wie du gesagt hattest, 2.400. Und es kann sein, dass ich vielleicht aus Versehen zwei Dingstens überschrieben habe. Weil ich ein Idiot bin. Ja, dann habe ich zwei beim Umbauen überschrieben. So, wo ist die Raffinerie? Oh cool. Oh geil. Der ist witzsichtig. Ah, okay. Ah, habe ich auch gerade gemerkt. Die sehen ja mal völlig übertrieben aus, die Leute hier. Ja? Hm. Ja? 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 Ich will jetzt mal gucken, ob ich den Helm wirklich hab. da hatte ich jetzt nur durchgeskippt vorhin ich dachte das wär meins da ist meins so einmal auf die raumstation das will ich mir jetzt mal angucken whoa Amen. Ist das das Volk, äh, Reisende? Ne, Anomalie, ne? Oh. Oh. Ja, den will ich. Ja, den will ich. Ja, den will ich. Ja, den will ich. Ah, okay. Ja, den will ich. Ja, den will ich. Oh, das können wir auch nochmal eben. Das können wir auch nochmal eben machen. Das macht man hier hinten bei der Station, ne? Okay. Okay, Klasse B. Oh. Und den Stab auch? Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil ich alle Naniten verbraten habe, oder? Ja, die Klasse verbessern kann ich nicht. 50.000 kostet eine Einheit. 50.000 kostet eine Einheit. 50.000 kostet eine Einheit. Ja, hatte ich gesehen. Völlig krass. Aber danach gibt es keine weitere Stufe mehr, ne? 50.000 kostet eine Einheit. Hui. Ich glaube hier ist ein bisschen was backt. Okay. Huh? Oh, ich konnte einfach in deinem... Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.